Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge FM20. Noch mitten in der Vorbereitung wollen wir diese heute abschließen, wenn es geht. Wir sind schon am Spieltag des zweiten Tests. Spielt sich, ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los und das, was so passiert ist, erzähle ich euch dann mal. Ist ein bisschen was, aber wir kriegen das schon hin. Wir stellen so auf Gargovic, unser Neuzugang, vorne drin. Ja, weil er leider momentan Olympia ist und deswegen sowohl Fabio Silva als auch Neptün weg sind. Das gleiche gilt für Schaar, Parisius, Schnitzer. Kraft ist verletzt, weshalb wir einen schnellten Spieler reinpacken müssen mit Lothar Wurm. Nicht schön, aber ja, ist jetzt halt so. Weil Machnick ist auch nicht im Testspielkader, sprich im Trainingslager. Das hätte man sich vielleicht mal vorher überlegen sollen, aber naja gut, sollte jetzt nicht so schlimm sein für ein Spiel nur. Für Gargovic geht es aber trotzdem nur eine Halbzeit, weil der noch nicht ganz so fit ist. Wenn nicht sogar nur weniger, aber wir gucken einfach mal, ne. So Jungs, Jungs, einmal bitte richtig gut spielen. Der Rest wird schon irgendwie, habe ich Sound an? Ja, und... Ja, also was ist passiert? Wobei, sollte man vielleicht erstmal die Szene abwarten? Eigentlich nicht, ne. Wir hatten ja die letzte Folge abgeschlossen mit... Erstmal kurz gucken, ist das hier überhaupt noch richtig? Ne, ist es nicht, deswegen... So, wir haben ja die letzte Folge abgeschlossen mit ein paar offenen Fragen und Gary Finch ist per Laie zu Magdeburg gegangen. Hoffentlich wird er dort gute Spielpraxis sammeln können und sich vielleicht verbessern können. Auch Friedlein ist per Laie zu Wiesbaden dann gegangen. Wir haben Ernst wirklich verkauft für 47.000, für 46.000, wenn man genau sein möchte, an den VfL Bochum. Auch Henriksen ging per Laie zu Wiesbaden, also wird dort mit Friedlein hoffentlich nicht um die Position kämpfen, sondern beide auf den Flügeln. Das wäre richtig schön. Der Ball war auch richtig schön. Uff, das war absolut gar nichts. Dann haben wir Nunez abgegeben, per Laie zu Boca Juniors, hatten wir auch das Angebot angenommen. Leider abseits von Pavle Gargovic. Ich hoffe, dass das keine Fehlentscheidung ist. Also, Nunez war ja eigentlich eingeplant, aber er hat letztes Jahr auch echt nicht performt und ich hatte halt meine Schwierigkeiten mit ihm. Ich hoffe, dass das nach der Laie vielleicht besser läuft. Ich glaube, ich habe ihn jetzt nur bis zum Winter verliehen. Ich fand es halt auch sehr, sehr schade, dass wir weiterhin keine Laieangebote von Vereinen aus Europa bekommen haben. Das wäre halt meine Wunsch-Destination gewesen, dass Nunez innerhalb von Europa bleibt oder sogar in Deutschland. Aber das hat sich dann leider nicht ergeben. Aber jetzt erst mal zu Boca Juniors. Vielleicht trumpft er dort richtig gut auf und dann gibt es halt nochmal eine zweite Chance bei uns oder wir verkaufen ihn für viel Geld. Mal gucken. Ansonsten Goretzka sind wir auch mal gespannt, wie das so läuft bei uns. Vielleicht kriegen wir ihn noch zu einer richtig guten Partie hin oder es wird einfach nichts. Auf jeden Fall ist sein Marktwert auf einmal hoch angestiegen. Gut, was heißt dieser hoch angestiegen? Das war gar kein Sinn. Sein Marktwert war halt auf Null, weil er keinen Vertrag hatte. Aber ich glaube, er hat jetzt 30 Millionen Marktwert. Die Marktwerte sind generell ziemlich hoch geschossen. Olsen, Ball in die Mitte Gargovic, kriegt ihn zwar aber leider nur abgeblockt. Können wir auch gleich nochmal drauf gucken. Fabius selber hat seinen neuen Vertrag unterschrieben, den wir ihm angeboten haben in der vergangenen Folge. Viertkowski ist dann fix gewechselt zu Kiel. Und wir haben Angebote für Medeiros und Brasau bekommen, die ich gleich nochmal zeigen werde. Und dann gucken wir uns noch die EEM-Ergebnisse gleich an und machen nochmal ein Angebot für Eugenio. Das ist so mein Fahrplan für heute neben den Testspielen. Ich hoffe, ihr habt alles mitgeschrieben. So, hier steht es 0 zu 0. Das ist bisher kein guter Auftritt von uns. Gargovic hat ein Tor gemacht. Das war leider abseits. Deshalb kann man aber hier leider noch nicht glücklich sein. Medeiros kommt mal rein als Stürmer. Den Rest werden wir dann wohl so um die 60. wechseln. Gargov Olsen, Dilrosun wahrscheinlich auch. Bisher 9 zu 0 Schüsse, aber ja, schön ist anders. Vielleicht hier, wenn Medeiros mal nach vorne anzieht, einen guten Ball auf Olsen spielt. Guter Ball in die Mitte und Tomar... Tor! Weißt du, anstatt dass halt einer mal schießt, muss der Ball noch hin und her gepackt werden. Und irgendwie kommt er dann zu Dilrosun und der macht ihn rein. Also der passt ja aber gut. Der Pass von Olsen auf Tomar war auch noch richtig gut. Dann hatte ich eigentlich gehofft, dass Tomar abzieht. Der passt dann auf Matarzo. Matarzo liegt ab auf Dilrosun und der ballert den dann an den Innenpfosten. Und dann kullert der so langsam aber sicher über die Linie. Und immerhin haben wir unsere Führung. Ansonsten, auf meiner Verkauf- und Verleihliste steht jetzt noch Halas zum Verleihen. Das ist der Einzige. Wir wollen dann noch... Ah, guck mal, Kwiatkowski habe ich doch verkauft. Lucic hat auch momentan ein Angebot, glaube ich, habe ich gesehen. Wir möchten noch verkaufen Lucic, Precalo, Medeiros und Brasau. Die vier Spieler. Und für alle bis auf Precalo haben wir halt ein Angebot. Wobei die auch nicht so gut sind, das kann ich euch schon mal vorweg sagen. So, Mendes und Jones kommen rein. So oder so, aber kein guter Auftritt von uns. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Erstes Spiel von uns war ja ein 5 zu 0. Das haben wir aber auch simuliert. Und das war halt auch kein guter Gegner. Also das hätten wir wohl auch noch geschafft. Vielleicht nicht unbedingt ein 5 zu 0. Weil wir dann wohl ein bisschen Gnade hätten walten lassen vielleicht. Aber das wäre schon eventuell auch zweistellig geworden. Aber wie gesagt, ist ja wurscht. War ja eh nur für die Fitness. Jetzt gegen den FC Thun nur 1 zu 0. Momentan zumindest zu gewinnen, ist nicht gut genug für mich. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ist ja noch früh. Wir haben natürlich auch sofort einen Kracher am Anfang gegen Dortmund im Supercup. Aber mal schauen. So, es ist wirklich nur ein 1 zu 0. Da muss ich schon sagen, das war jetzt nicht wirklich stark. Medeiros hat mal wieder das Vertrauen verloren, aber der geht ja zum Glück auch. So, wir gucken uns mal. Oh, Köln hat ein Angebot gemacht. Das gucken wir uns gleich. Ja, gucken wir uns jetzt an. 4,8 Millionen nur. Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt. Schon viel, viel früher jetzt. Also, ich habe das Kommentar, glaube ich, am 2.6. gesehen. Ich nehme am 3.6. auf. Keine Ahnung, wann die Folge kommt. Aber auf jeden Fall irgendwann später. Da hat schon jemand geschrieben, warum nicht Brekalow und Sharp zusammen? Ja, das hatten wir ja auch kurz überlegt. Aber es macht für mich, glaube ich, keinen Sinn, weil beide sind ähnlich jung. Wir haben ja Brekalow, der ist 21 und Damey Sharp ist 20. Ich würde irgendeinem halt komplett die Spielzeit rauben und das wäre mir nicht lieb. Weil, ganz ehrlich, die Konstellation aus einem alten Spieler, der halt die Jugend anleiten kann, der auch noch solide Determination hat, das ist schon mir lieber, als wenn ich jetzt zwei Blutjunge habe. Brekalow ist definitiv ein guter Spieler und der war auch bei uns gut, als er halt die eine Saison gespielt hat. Aber ich habe es von Anfang an gesagt, er ist halt eigentlich nur eine Investition. Das klingt scheiße, es ist auch scheiße, aber ja, die Investition, die hat sich wohl einfach nicht gelohnt, weil ja, keiner mehr als 4,8 Millionen ausgeben möchte, sein Marktwert, was ich sehr, sehr schade finde. Auch hier hätte ich gerne verhandelt. Ich werde es erstmal annehmen, ich werde da mit meinem Vorstand reden, mal gucken, was die dann gleich sagen. Die werden natürlich wieder ablehnen. So, wir hatten ein Angebot von Köln für Lucic, das sind nur 185.000, aber mehr kannst du auch nicht verlangen bei einem ja, Restvertrag und nur 250 Euro die Woche Vertrag. Dann, äh, Halas, da hatten wir noch die Angebote von Aue und Erfurt. Höchstwahrscheinlich wird der diese aber ablehnen. Bei Brazau wollten Angers und Ingolstadt eine Laie haben, bis zum nächsten Transferfenster. Das wäre dann halt, wie gesagt, im Winter. Und bei Medeiros war es leider auch nur eine Laie von Galatasaray. Da habe ich dann nochmal ein bisschen ausgehandelt, dass wir 150.000 im Monat bekommen, damit wir wenigstens etwas Ablöse bekommen, wenn er dann halt ja, ablösefrei ist in einem Jahr. Mal schauen, ob das durchgeht, ist ja alles so in den Sternen, ne. So, äh, ich möchte nicht nach vorne gehen. Ich möchte jetzt erstmal die Europameisterschaftsspiele angucken. Da gucken wir mal über Damien Schaub, da kommen wir am schnellsten hin. Denke ich mal. So, wir waren zuletzt stehen geblieben. Ach, guck mal, ist doch gar nicht gespielt, das Finale. Wir waren zuletzt, glaube ich, hier stehen geblieben. England 5-0 gegen Schottland gewonnen. Halbfinale. Hatte sich Dänemark 2-1 durchgesetzt gegen Norwegen und England. 2-1 gegen Portugal in der Verlängerung. Mason Greenwood und Callum Hudson-Odoi haben die Tore gemacht. Bernardo Silva das eine Tor bei Portugal. und Final, ach, steht heute an. Steht sogar in 30 Minuten an. Dänemark gegen England. Also, ich würde schon behaupten, dass England das Ding gewinnt. Aber ich lasse mich auch überraschen, ne? Super schade, natürlich, dass Gruppe nicht dabei ist bei Dänemark, ne? Das wäre halt schön gewesen. Anders sind der von Lyon. Da hatte ich mir dann halt wirklich, also nicht bei Lyon, da hatte ich mir dann wirklich, nachdem ich den letztes Mal gesehen habe, erstmal ein bisschen was angeschaut. Sieht echt stark aus, aber... Ja, momentan schwer einzuschätzen. Ob er dann halt so ein starker Spieler wird. Ja, ist ein guter Kader. Also, Dänemark hat auf jeden Fall Chancen, aber England ist immer in vielen, vielen Fußballspielen überbewertet, weil der Talente-Pool natürlich gut ist, aber in echt macht England halt oft nichts aus den Talenten, weil man dann halt lieber teure Ausländer kauft. Die Problematik ist ja bekannt, aber... Ja, der Kader ist schon super, super stark. Also, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Mal kurz hier gesehen, der Rouson 34 Millionen Markt wird jetzt Goretzka 30 Millionen. Bin sehr gespannt, was das so wird. In zwei bis vier Wochen ist er wieder bereit für... für das richtige Training. Da bin ich sehr gespannt, wie er sich dann so präsentiert. Präsentieren im Fall Bysilvers auf 27 Millionen hoch, Thomas auf 24. Der Rest ist dann noch relativ... Ja, ruhig bewertet, sagen wir mal. So, wer gewinnt die Europameisterschaft? Argentinien hat auf jeden Fall, ähm... die Copa America gewonnen. Die hatte ich komplett vergessen. Äh, Svenny, ja, ich... Lass doch mal bitte einfach Brickhalle verkaufen. Es wird nichts mehr. Tut uns leid. Okay, dann halt nicht, ne? Dann... Versuche ich nochmal einen Leihverein zu finden für ihn, ne? Am besten. Ja, komm, ihr müsst halt nicht mal was zahlen. Aber bis zum nächsten Transferfenster nur. Also bis zum Winter nur. Oh, hier parkt gerade jemand draußen ein. Der kann nicht einparken. Und die Sonne scheint auf das Auto und ich werde die ganze Zeit gerade geblendet. Weil der oder die setzt halt immer vor und zurück und es blendet halt die ganze Zeit. Oh, muss das jetzt sein? Äh, Nagelsmann übernimmt bei Köln. Okay. Esposito, hatten wir das gesehen? Ich glaube schon, ne? Zu Paris. Florentino Luis zu Paris für 90 Millionen und Alvaro Lopes zu Inter für 62 Millionen. Das ist ein 20-jähriger Portugieser, der aus der Porto-Jugend kommt. Torino selbst hatte schon 23,5 Millionen gezahlt für den Stürmer. Nicht schlecht. Gute Werte. Ja, Köln hat natürlich keinen Bock mehr jetzt, wo unser Vorstand wahrscheinlich 28,5 Millionen oder so verlangt. Aber, ja. Wir werden schon eine Lösung finden, irgendwie, ne? So, Eugenio. Sind immer noch Vereine interessiert. Ist immer noch ablösefrei zu haben dann. Besiktas und Porto sind interessiert. und er möchte noch nicht mit uns reden. Alles klar. Ich habe gerade gesehen, irgendjemand war auf der Transferliste. Kann das sein? Oh. Ja. Giannotta ist ein Stürmer. 3,7 Millionen nur? Echt? Hätte ich hier Schi ihn holen müssen und nicht Gargovic. Oh, der sieht aber gut aus, ne? 19 Jahre alt. Ist gerade auch erst 19 geworden. Schöne Werte. Ist ein Schnapper, ne? Muss man sich eigentlich gönnen? Ah, verletzungsanfällig. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Geld. Es ist nicht mehr viel. Wir hatten schon mal deutlich mehr. Wir haben auch deutlich mehr ausgegeben, als wir eigentlich wollten. Wobei, eigentlich ging es, ne? Also, hätten wir uns jetzt wirklich noch einen richtigen, starken Stamm rechts außen geholt, wäre das wohl mehr gewesen. Aber ich habe auch weniger eingenommen, als ich gerne einnehmen wollte. Also, ich habe schon so mit... Ich bin ganz ehrlich, so 12 Millionen gerechnet, die ich einnehme. Jetzt nehme ich höchstwahrscheinlich maximal 500.000 ein, weil halt Brasau, Medeiros nur verliehen werden und Prekalo gar keinen interessiert. Ich hatte eigentlich sogar auf Medeiros 2 Millionen, dann Brasau 3 Millionen und der Rest halt Prekalo und die anderen. Habe ich mich aber leider verpokert. So, wer war denn da noch gerade? Der eine Franzose war es, glaube ich, der Bouchard? Ja. Ist ein ZM. 19 Jahre alt. Für 2,2 Millionen zu haben. Sorry, Tian, Leeds und Roms sind interessiert. Ha, ich weiß nicht. Ich meine, der hat auch gute Werte. Wir haben jetzt in Zukunft Ja, Tomar, der wird jetzt erstmal bleiben, hoffentlich. Wobei, der hat immer noch eine Ausschicksklausel, oder? Oder haben wir die rausgenommen durch einen neuen Vertrag? Ne, ne, er hat die noch drin, der 40,5 Millionen. Vielleicht sollten wir da mal was machen. Vielleicht sollten wir auf jeden Fall mal was machen. Vielleicht möchte er auch nicht mit uns reden. Ich hole mir mal den Franzosen zur Sicherheit für die Zukunft und werde ihn dann sofort verleihen. 2,2 ist nicht die Welt. Der kann sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Werte sehen jetzt echt schon gut aus. Ziemlich konstant. Ja, das sieht gut aus. Bei dem Italiener bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir haben jetzt echt viele Stürmer. Wir haben Fabio Silva, wir haben Neptün, wir haben jetzt Gargovic. Das sind alles drei sehr junge Stürmer, die halt wirklich noch super viel vorhaben eigentlich. Giannotta sieht hier richtig gut aus. Ich würde ihn sofort holen, aber ich habe drei Stürmer, die alle jung sind, die alle in Zukunft auch richtig gut werden könnten. Ne, den hole ich mir nicht. Einfach nur, weil ich zu viel habe auf der Position. Hätte ich aber nur Neptün und vielleicht noch Sango Matore Grossa, dann hätte ich mir den sofort geholt. Aber nicht jetzt mit Gargovic auch noch. So, was möchte denn John Bouchard haben? 16,5 bestimmt nicht. Rotationsspieler, Stammspieler, Schlüsselspieler, von mir aus wirst du vielleicht schaffen, vielleicht auch nicht. Er möchte 13,75 Millionen, äh, Millionen, ja, pro Woche haben, alles klar, 1000 natürlich. Ich würde gerne so auf 8000 gehen. Hier gehen wir hoch. Äh, das sind keine Ausstiegsklauseln. Ausstiegsklauseln sind doof. Die ganzen Klauseln, die packe ich gerne nur in den Transfer rein, aber nicht bei mir im Vertrag, außer sie helfen mir eher. So, Auflaufprämie machen wir mal runter, Torprämie machen wir mal auf 4,5 hoch, Ersatzspielerprämie geht auf 2 hoch, das hier kann ruhig drin bleiben. Gehen wir mal hier auf 600, na, gehen wir auf 700.000. Er möchte 15,7 haben, dann gehen wir mal auf 11,5, gehen hier hoch, gehen hier runter und lassen die Torprämie auf 5,5 und das nimmt er dann an. Wäre halt schön, wenn wir ihn dann verleihen könnten. Wäre natürlich auch interessant, ihn vielleicht zu Sochamps zurück zu verleihen, wobei die halt in der 2. Liga spielen, in der Ligue 2. Matarzo werde ich nicht verleihen, Leute. Der ist bei mir erstmal eingeplant. Das ist mir zu teuer, keine Angebote für Brekalow, HSV, Köln, Besiktasch, Parma und Trapsonsburg glauben, dass der Spieler kein wirkliches Interesse hat und Wolfsburg glaubt nicht, dass sie in Einsatzzeiten gehen können. Ich werde mal meinen Vorstand fragen, ob wir einen Partnerverein kriegen könnten, so als letzten Ausweg. So, Svenny, ich bräuchte einen Partnerverein, um die Spieler dorthin ausleihen zu können. Wir glauben, es wäre vorteilhaft, wenn wir einigen einigen unserer vielen Jugendspieler irgendwo anders Erfahrung sammeln lassen könnten. Daher stimmen wir ihrer Anfrage zu. Sehr schön. Ich möchte aber bitte das... Warte mal kurz. Ist das richtig übersetzt? Weil normalerweise kriegst du halt die Option, ob du selbst einen Verein anfragst oder ob du nur aussuchst. möchten sie einen bestimmten Club auswählen? Ich... Ist das jetzt so übersetzt, dass ich jetzt den Club aussuchen soll, der... ne? Der es wird oder dass ich aussuchen kann aus der Liste? Ich sag mal, ja möchte ich. Okay, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Alles gut. Achso, ich habe es auch nicht richtig gemacht. Ich bin jetzt schon länger her, 1860. Nachdem sie verheirrt, sollten wir nach dem nächsten Partie entscheiden. Ja. Okay. Wen fragen wir denn jetzt hier mal an? Also ich glaube, Deutschland wäre schon gut, oder? Dann kann der Typ Deutsch lernen. Und so Österreich wäre vielleicht auch gut. Irgendwas, wo er Deutsch lernen kann noch. Wenn die Anpassungsfähigkeit nicht so toll ist, kann ich hier auch die Link auswählen? Nee. Kann ich hier bitte mal erstmal alles nicht selektieren? Dankeschön. Also ich glaube, Deutschland wäre okay. Österreich wäre auch okay. Wo ist denn hier Österreich gelistet? Sind die unter A oder sind die unter O oder ganz unten? Äh, O meine ich natürlich. Äh, lalala, O, Österreich. Gut. Äh, Schweiz wäre auch noch komplett okay. Wo sind die Schweizer? Achso, ich gucke unter SW, aber meine Frisse, ey. So, was wäre noch okay? Polen? Nee. Dänemark auch nicht. Niederlande wäre noch okay, oder? Ich meine, die lassen viele Jugendspieler spielen. Sind es hier alle nur, die möglich wären? Ich glaube schon, ne? Guck mal, da sind nur Deutsche, die Bock haben. ja, zweite Liga wäre schon schön. Vielleicht wirklich Magdeburg? Ja, wie nehmen wir denn da? Also, wenn ich schon die Auswahl habe, dann gehe ich, glaube ich, wirklich auf zweite Liga. Ah, Brickelo in der zweiten Liga wäre halt auch Unsinn, mal ganz ehrlich, oder? Was haben wir denn hier so als Bestes? Ja, super, Südkorea. Aber ich will dir noch nicht dahin verleihen, dann. Brickelo muss halt erste Liga spielen. Okay, gehen wir mal davon aus, dass es jetzt halt nicht um Brickelo geht, ja? Gehen wir mal davon aus, dass es, sagen wir mal, um Halas geht. Dann würde ich ihn innerhalb von Deutschland verleihen und dann halt zu Magdeburg, glaube ich. So, mal schauen, was Magdeburg so möchte. Vielleicht geht das ja. Also, ganz glücklich darüber bin ich gerade überhaupt nicht, weil ich wollte ja jetzt eigentlich für Brickelo das Ding machen, aber das lohnt sich halt nicht. Ich kann auch Brickelo nicht zum Magdeburg in die zweite Liga packen. Der Typ muss halt eigentlich Europa League mindestens spielen. Der Typ ist gut genug. Warum ist der so schlecht angesehen bei anderen Vereinen? Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Ja, ja, er haltet die Backen. die Medien immer, ne? So, Brickelo, wo bist du? Ich werde dich nochmal zur Leier anbieten. Irgendwann werde ich dann auch zu dem Punkt kommen, wo ich mir überlegen muss, ob ich nicht vielleicht Lyko Brickelo ist. Brickelo ist dann doch Opfer. Weil ich kriege ja Brickelo eh nicht verkauft für 4,8 Millionen, weil der Vorstand dir mir einen Riegel vorschiebt. Ach, das war das so kompliziert schon wieder. Wir haben jetzt gar nicht drauf geachtet und ich habe mich drauf geachtet, wer Europameister geworden ist. Ach, ich komme auch so durcheinander. Also, ich sage, es hat England gemacht. Es hat echt Dänemark gemacht. Im Elfmeterschießen. Mason Mount hat den Elf... Oh, Mason Mount hat zwei Elfmeter verschossen. Sterling hat früh die Führung erzielt, in der elften Minute. Dann hat Jonas Wintz in der 59. den Ausgleich gemacht. In der 105. gab es den Elfmeter für England, den Mason Mount verschossen hat und dann Mason Mount noch im Elfmeterschießen den Elfmeter verschossen. Und alle bei Dänemark haben getroffen. Autsch! 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 Aber Dänemark ist Europameister. Nicht schlecht. Starke Leistung. Starker Kader natürlich mit Lautrop als Coach. Das war... Das war schon richtig stark. Ist jetzt der... Erste Titel seit 92. Jedenfalls der Europameisterschaftstitel. Olympische Spiele haben sie nicht gewonnen. Ja gut, Konfett Cup 95. Sagen wir mal Konfett Cup. Ja, wobei Konfett Cup ist scheiße. Ja, erster richtiger Titel seit 92. Nicht schlecht. Hut ab, Dänemark. Habt das stark gemacht. So, Halas geht sogar wirklich zu Erfurt. Sehr nice. Und Besiktas macht ein Angebot für Likogianis. Keine Angebot für Bricalo. Ach guck mal, Partnerschaft mit Magdeburg wurde sogar bestätigt. Wir zahlen 57.000. Spieler können frei zu... Achso. Wir können die leihweise zu Magdeburg schicken. Die haben allerdings keine Verpflichtung, den Spieler einzusetzen. Testspiel ist auch ein bisschen kacke, aber egal. Und sobald Magdeburg in die erste Liga aufsteckt, was bestimmt nicht passieren wird, oder wir abstängen sollten, was hoffentlich auch nicht passieren wird, wird die Zusammenarbeit beendet. Na ja. Gucken wir mal, ne? Was könnte man hier so rausholen bei Likogianis? Der hat eine Ablöseforderung drin, wo auch immer. Die wollte ich eigentlich nicht haben. Also das stimmt, weil er seinen eigenen... Weil der eine Antrazeranfrage geschickt hat, so ums richtig. Ja, was könnte man denn hier so machen? Pass mal auf, jetzt kriegen wir hier mehr Geld als für Brekalone. Das wäre halt richtig lächerlich. Okay, 4,8 lehnen sie ab. Ich glaube, Likogianis wird jetzt richtig, richtig pissig auf mich sein. Weil wie gesagt, er hatte eine Transferanfrage selbst rausgeschickt und ich glaube, Besiktasch war sein Lieblingsziel. Und jetzt habe ich ihm das kaputt gemacht. Nee, noch nicht. Juve möchte Moussa Dembélé haben. So, Halas ist weg. Damit ist der letzte Spieler, den ich verleihen wollte, auch weg. Nice. Fehlen nicht mehr viele, die wir noch abgeben müssen. Nur noch halt Lucic, Brekalow, Medeiros und Brazau. Die will ich eigentlich alle verkaufen, aber ihr seht ja die Angebote und es läuft ja nicht so wirklich, wie man es sich gerade erhofft. So, Lucic geht auch zu Köln. 185.000 und Medeiros geht auf Leihbasis zu Galatasaray, Istanbul. Wir kriegen halt 150.000 monatlich und die übernehmen das komplette Gehalt. Es ist nicht der beste Deal, aber ich glaube, mehr kannst du nicht verlangen. So, dann haben wir die auch weg. So. Ich lösche die gerade aus meiner Liste. Nicht, dass ihr euch wundert, was ich hier gerade mache. So, Brecalo und Brazau. Brazau hat noch ein Angebot. Ein paar Scouting-Berichte von den Ex-Spielern, damit wir nach der Transferphase dort mal raufgucken können. Champions League Quali läuft ja auch schon. bei Eugenio müssten wir gleich nochmal schauen. Den Rest haben wir gemacht von meiner Liste. EM-Ergebnis haben wir auch angeguckt. Neck mich doch im Arsch. Das kann nicht dein Ernst sein. Da haben wir schon gute Angebote rausgehandelt, also ansatzweise für Brazau und dann möchte er bei uns bleiben. Ach, meine Güte, ey, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Das haben sie dieses Jahr gefühlt auch nochmal extra schlimmer gemacht, dass die Spieler extra bleiben wollen. Ach, er hätte doch sein Gehalt weiterbekommen. Warum denn nur? Schrecklich. Monaco macht ein Angebot für Fita ab. Okay. Ausverkauftes Haus ging rein mit drin. Alles andere hätte ich jetzt auch für sehr erstaunlich gefunden. Mideiroz ist weg erstmal. So. Ja. Brazau. Was machen wir jetzt mit dir? Ich habe ja gerade schon ein Angebot, also müssten wir leider warten. Ich hoffe, da kommen noch Angebote rein, ne? Es ist auch schon wieder ekelhaft, ne? Muss das sein? Keine Angebote für Brazau. Wir packen ihn mal auf die Transferliste. Ach, jetzt möchtest du auf einmal gehen, Brazau. Alles klar. Alles klar. Matazo zeigt erfreuliche Fortschritte. Sehr schön. Und Union hat sich Greilinger gegönnt. Sehr nice. Angebot für Deitat, welches automatisch abgelehnt wurde. Sobo Slides zu Liverpool hatten wir, glaube ich, gesehen. Nicolo Armini wechselt zu Tottenham Hotspur. Patrick Berg geht zu Dortmund. Okay. Uh, Luko Giannis ganz schlecht trainiert. Brekalo auch. Hat aber auch keiner gut trainiert. Also keiner über eine 9,0. Das ist schade. Da müssen wir mit leben. Mein absoluter Wunsch wäre halt, dass irgendein Premier League Klub jetzt Brekalo möchte. Da könnten wir nochmal ordentlich Geld rausholen. Aber das wird leider nicht passieren. So, nochmal ein Angebot von Besiktas für Luko Giannis. Dieses Mal aber nur eine Laie. Ihr kriegt ihn für 3,5 Millionen. Selbst das nehmen sie nicht an. Okay, Goretzka ist so nicht fit. So, wir hätten jetzt wieder die Möglichkeit Machnick zu nehmen, nachdem wir jetzt nicht mehr im Trainingslager sind. Deswegen nehme ich Rudi Richter. So, Rudi Richter kommt natürlich ins Tor rein. Grube war, glaube ich, fit, haben wir gesehen. Yes. Packen wir ihn auch rein. Goretzka kann auch nicht. Dann würde ich gerne Ibanez sehen für Eichinger. Ich würde gerne Jones sehen für Dilrosun. Grube lasse ich später spielen und der Rest spielt dann in der nächsten Partie. Schnitzer ist ja leider auch nicht da, aber die kriegen ja zum Glück alle Spielpraxis bei der Olympiamannschaft, wo wir auch mal gucken könnten, was die gerade so machen. vielleicht haben wir Glück und die fliegen relativ früh raus. Ich meine, es ist ja immer noch Deutschland, die fliegen ja gerne mal raus. Ach, das ist U21-EM. Ich glaube, das ist gestaffelt, oder? Ich glaube nicht, dass alle bei der U21-EM sind. Wir müssen mal kurz gucken. Vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. So, das ist ein Freundschaftsspiel gewesen bei Fabio Silva, der kann gerne zurückkommen. Freundschaftsspiel. Ach, dann bereiten die sich bestimmt vor, ne, jetzt auf Olympia. Ich glaube, dann habe ich gerade einfach nur falsch geguckt, weil Olympia noch nicht gestartet ist. Ah, oh. In fünf Tagen Frankreich, Neuseeland, Argentinien. Kann man schon mal rausfliegen, Deutschland? Dann kommt Schitzer schnell zurück. Wobei Frankreich auch schnell rausfliegen sollte für Neptün. Oder Portugal schnell rausfliegen sollte für Fabio Silva. Ach, wir beobachten in dem Fall. So, wir müssen jetzt erstmal so spielen, weil uns bleibt ja nichts anderes übrig. Dank Olympia. Und gucken dann mal, wie es gegen Real Madrid läuft. Die wohl einen besseren Kader haben als wir, würde ich behaupten. Aber auch nicht komplett auf die beste Elf sitzen, so wie es aussieht. Ich meine, gut, wir sind mittlerweile schon ein bisschen fortgeschritten, also es ist schwierig zu sagen, wie Real Madrid gerade komplett immer spielt. So, man hat Correa, der hat den Bestmarktwert, Jovic, Icardi, Andersson, der spielt natürlich nicht, weil er gerade erst von der EM zurückkommt. Rezos, Isco, Ceballos, Geballos, Adana, Courtois, Rodrigo, Varane, Abraham, Abraham Diaz, Casemiro, Christopher Martins, Pereira? Ach, der ist das, ach so, wusste ich nicht, dass der Luxemburger ist. Hat der noch eine andere Nation? Cap Verde, hm, ja gut. Asa ist auch noch dabei, 33, naja, so sieht es auf jeden Fall aus, doch ein paar sind schon dabei, aber, wer weiß, hm, wer weiß, ist sehr zu wurscht. Wir spielen einfach gut am besten, jetzt mit Gargovic vorne ist ja eh nicht unsere Westelf, aber wird schon irgendwie. Auf geht's! Ja, und was wir dann mit Prekalo und Brasau machen, boah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Schade, dass er die Angebote abgelehnt hat, Brasau. Ärgert mich. Sehr sogar. Aber Platz habe ich auch für beide nicht, ne, also, ich bin mittlerweile schon so auf dem Fahrt, dass ich sagen würde, ja, okay, ich verkaufe wirklich Luko Giannis, aber auch nur für über seinen Marktwert und nehme dann halt doch nochmal Prekalo unscharpt in eine Saison rein. Einfach nur, weil ich es nicht einsehe, Prekalo für so wenig Geld ziehen zu lassen. Oder halt Außenverteidigers, die man halt so schwer bekommt, also gute Außenverteidiger, das sehe ich halt wirklich nicht ein. Da muss ich stur sein. Ja, und Brazau hat sich halt als Talent nicht entwickelt, also für viel mehr wird es auch nicht reichen. Es ist schwierig, ist alles schwierig, ist alles, was mir gerade nicht gefällt. Auch der Angriff hier von Isco, der gefällt mir gerade gar nicht. Geht aber zum Glück daneben. Erste Halbzeit ist jetzt auch gleich schon um und sieht momentan sehr ereignislos aus. 0-0, 6-2 Schüsse, jetzt 6-2. Bin bisher nicht so zufrieden, Jungs. Da habt ihr schon deutlich bessere Leistungen abgeliefert in anderen Spielen. Rodrigo kommt rein für Isco. Wir könnten dann demnächst auch mal über den Wechsel nachdenken, gerade so Gruppe für Sardella. Würde mir sehr gefallen. Vorne können wir nicht so viel machen, natürlich. Ja, Jones. Guter Ball nach unten und Olsen macht ihn dann doch noch rein. Wir führen 1-0 gegen Real Madrid. Sehr nice, also irgendwie teilweise hat ein bisschen gebraucht. Matarzo mit einem guten Ball auf Jones. Muss man ja auch mal anmerken. Und dann der Kopfball an die Latte, dann kriegt Eduardo den Ball nicht rausgeklärt. Auch Coutoir nicht und wir führen auf einmal mit 1-0 und Tony Cruz kommt rein für Sergio Arribas und wir werden wechseln und werden Gruppe reinbringen für Sardella. Ich glaube, sonst kommt vielleicht noch Vicky Hulu rein. Der Olsen ist aber auch nicht so toll mit der Fitness. Vielleicht sollten wir den eher rausnehmen. Also Doppelwechsel sollte jetzt auch kein Problem sein. Wir führen 2-0 gegen Real Madrid. Das war ein sehr, sehr starker Ball und Gottes Jones macht ihn rein. Okay, 2. Halbzeit ist deutlich besser als die erste. Gruppe mit dem Ball auf Gargovic, der zurück und dann Gruppe mit dieser wunderschönen Flanke und Jones macht ihn rein. Sehr nice, Jungs, sehr nice. Jones für ihn auch ein ganz wichtiges Jahr natürlich, weil das erste war nicht perfekt, hat dann aber zum Ende hin echt gepusht, weshalb er jetzt überhaupt noch im Kader ist. Hätte er jetzt nicht zum Ende hin gepusht, hätte ich ihn wohl gar nicht erst im Kader behalten. Bin gespannt, was er dieses Jahr so macht, gerade gegen Delrosun, der jetzt als großer, neuer, schillernder Name reinkommt in den Kader. Groß mit dem Eckball auf Wach Ranz rüber. Bin auch sehr gespannt auf unsere Champions League Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte an Koeffizienten jetzt wir bekommen durch die Conference League. Ich hoffe ein bisschen, aber ich glaube, so oder so werden wir in Top 4 landen und werden halt eine abnormale ekelhafte Gruppe bekommen, deren Correa den Ball hier zum Glück vorbeischießt. Zehn Minuten noch. Ach, guck mal, Andersen ist doch dabei. Real Madrid hat gerade komplett durchgewechselt. Wobei, einer ist noch übrig. Ich werde mal Brickalo reinbringen für Luko Giannis und Matzen rein für Swinnen. Damit wir auch noch mal ein bisschen durchwechseln. 4 Minuten Nachspielzeit. Ich hoffe, dass wir das gegentorlos überstehen könnten. Das wäre sehr nice. Das würde ein gutes Ausrufezeichen sein, nach dem schlechten Spiel gegen den FC Tun vor allem. Rezos jetzt als Rechtsverteidiger Correa kommt vorbei und Parisius ist schon so drinnen. Richter natürlich richtig stark ist halt so drinnen, dass es immer Parisius ist. Aber der ist ja auch leider gerade unterwegs. Das wird uns natürlich auch viel kosten beim Supercup. Ich glaube, das steht außer Frage leider. Weil bis dahin werden sie nicht zurück sein. Und Dortmund wird wohl in der Breite etwas besser aufgestellt sein. Trotz Olympia und U21 und EM als wir. Aber das hier war ein richtig starker Auftritt Jungs. Also 2-0 gegen Rhein Madrid zu gewinnen, egal welche Spieler die aufgestellt haben, ist schon echt gut. Freut mich. Habt ihr sehr gut gemacht. Kann so weitergehen, ne? Nächstes Testspiel ist dann gegen unsere zweite Mannschaft. Das ist dann auch das letzte. Da werde ich jetzt auch gleich nur noch die Spieler aufstellen, die Spielpraxis brauchen. So, Antalias Bom möchte jetzt Lyko Giannis haben. Ja, dann 3 Millionen. Machen wir 3,2 Millionen. Sie möchten nur 2,9 geben. Das ist mir zu wenig, vor allem je nach Liga Einsätzen bekommen wir erst 550.000. Also wenn dann halt schon ein bisschen besser. Auch wenn er 30 ist. Das ist halt alles scheiße. Das sind halt doofe Angebote, die kein Mensch annehmen würde. Außer man ist wirklich direkt in Zugzwang. Und das sind wir eigentlich nicht. Also eigentlich im Prinzip ja, aber im Prinzip nein. Finanziell gesehen brauchen wir es nicht. Und darauf kommt es ja an. gefällt mir alles nicht. Immerhin haben wir die Neuzugänge schon drin alle. Sonst wäre das echt schlimm. Stellt euch mal vor ich müsste auf die Abgänge warten um Neuzugänge zu holen. Das wäre jetzt richtig schlecht. Bursa Spawn möchte gegen uns spielen. Tut mir leid habe keine Zeit für euch. Sowas ist hier momentan noch so drin. Gar nichts. Deswegen scoute ich nochmal meine Once to Watch Shortlist. Vielleicht kriegen wir da nochmal was schönes rein. Für wenig Geld oder so. Und im gleichen Atemzug können wir dann nochmal schön schauen ob vielleicht was bei Eugenio geht. ich hätte ja so gerne einen von den Deutschen hier. Weil wir haben so wenige Deutsche. Zum Glück macht es mittlerweile nicht mehr so viel aus in der Registrierung auch für Europa. Glaube ich zumindest. Aber schön ist halt anders. So Eugenio würde jetzt mit uns reden wollen. Beim letzten Mal ist er sofort auf rot gesprungen als wir diese Klauseln raus genommen haben. Deshalb ich jetzt ein bisschen vorsichtiger bin und die Klauseln nur nach unten versetze. So Torprämie geht auf 2,5 hoch. Hier gehen wir runter. Hier gehen wir auf 150.000 hoch und gehen hier auf das Maximum. Was sagst du dazu? Okay wie war es mit 4.000 hier gehen wir runter das bleibt so. Hier gehen wir auf 6 und da geht es 10 und das nimmt er dann an. Machen wir das mit Eugenio der sieht eigentlich gut aus ne ablösefrei auch noch wir könnten ihn dann halt verleihen er würde halt erst im winter kommen ist glaube ich okay für nix halt na so gut wir zahlen natürlich dann das Gehalt aber ist okay habe ich gerade richtig gesehen dass hier die Anzahl der Länderspielleute erhöht wird dann sogar noch ich hoffe nicht okay ich habe mich zum Glück verguckt ich dachte hier wäre auf einmal eine 6 gewesen das wäre halt dann richtig scheiße gewesen dass wir noch einen abgehen müssen so Bouchard kommt sogar sehr schön 2,2 Millionen zahlen wir an Sushan und werden ihn dann hoffentlich sofort wieder verleihen ansonsten geht es zu Magdeburg das klingt so als ob das eine Strafe wäre gut für einige ist es vielleicht eine Strafe ich weiß nicht wie ist Magdeburg ich ich glaube ich war noch nicht in Magdeburg ich kann mir schon vorstellen dass es eine gute Stadt ist weil es hat so einen Namen als kulturelle Stadt oder ich weiß nicht vielleicht ist auch die komplette Absteige ich habe keine Ahnung immer wenn ich an Magdeburg denke muss ich immer an diesen einen Clip denken von vor ein paar Jahren aus der dritte Liga da haben sie ewig lang kein Tor gemacht und dann haben die Fans mit Pfeilen auf das Tor gezeigt das war ein geiler Clip ich hoffe das war sogar Magdeburg ich meine es war was blau weiß und ich glaube es war Magdeburg vielleicht war es auch Duisburg ich guck mal kurz es war Magdeburg gegen den Berliner Acker was für eine geile Leistung also falls ihr es nicht kennt aber ich denke ihr müsst einfach mal schauen Magdeburg und Pfeile ihr werdet es instant finden so das hier ist Wursch ich möchte ihn ja sofort verleihen am besten dass der ausleihende Verein also sein neuer Verein halt alles übernimmt mit 11.5 wird es ein bisschen schwierig so Magdeburg zeig mal her man muss sich hier ein bisschen kulturell weiterbilden der Magdeburger Dom ja gut den kenne ich der ist schick Magdeburg Panorama von der Sankt-Johanniskirche ausgesehen ja sieht nach einer Stadt aus ist auf jeden Fall keine Absteiger anscheinend so Hoffenheim würde wollen Bochum würde wollen und Soitien würde wollen würde ich mal sagen nehmen wir mal Bochum und Soitien einen zwei beiden Rotationsspieler auch bei Hoffenheim das sieht doch hier ganz okay aus wenn das jetzt noch bis zum nächsten Transferfenster wäre wäre es perfekt Dankeschön vielleicht möchte er da hin wie viele Einwohner hat Magdeburg 235.000 nur 2016 ist allerdings die Zahl nach wann würden das bemessen wann ach guck mal bei Wikipedia ist eine andere Zahl 238.000 okay ja 3.000 mehr auf einmal um genau zu sein 238.697 also sind noch ein paar Bayer Lorz tritt zurück nein das heißt er wird deutschlandtrainer oder Tatsache Achim Bayer Lorz ist jetzt deutschlandtrainer Nachfolger von Roger Schmidt ayo hi interessant bin ich mal gespannt was der so leisten kann gut Roger Schmidt hat jetzt auch keinen guten Job gemacht muss man dabei sagen bin ein bisschen beleidigt dass ich nicht angefragt wurde mal schauen wohin Roger Schmidt dann geht beim Rest wir werden es wahrscheinlich dann erfahren noch so wer noch irgendwo anders hingeht warte was achso echt ich habe Roger Schmidt gerade alles abgesprochen aber er hat ja die WM gewonnen mit Deutschland wie kommt ey was ist denn das für eine Deutschland Mannschaft dass die halt von 2022 Weltmeister zu 2024 in der EM Gruppenphase rausfliegen nee warte mal die sind bester Gruppendritter gewonnen im Achtelfinale oder so oder Sechzehntelfinale was ist denn das für eine Deutschland Mannschaft Terminplan zweite Runde das war ein Achtelfinale so wie das aussieht ne jo also bitte ich mein gut Italien ist ein schwieriger Gegner aber alleine die Gruppe zeigt ja schon mal dass man wirklich sehr sehr schlecht gespielt hat naja aber bei dem Thema generell sehr auffällig finde ich dass ich kaum Angebote von anderen bekomme das einzige Angebot welches ich ja bisher jemals in diesem Safe glaube ich bekommen hat war Stuttgart als wir noch zweite Liga waren sonst halt gar nichts da hatte ich das in anderen Saves schon deutlich häufiger und mit deutlich besseren Vereinen aber gut ich will ja eh nicht gehen momentan wenn wir dieses Jahr nicht die Meisterschaft gewinnen dann würde ich es mir vielleicht überlegen aber mal schauen wobei das halt schon echt richtig schwierig wird jetzt mit den ersten Spielen die wir auf richtig gutes Personal verzichten müssen leider aber ist ja kommst du nicht drum rum so die werde ich mal kurz alle hier abbrechen die Scouting Aufträge damit wir die andere noch hinkriegen habe jetzt auf den ersten Blick kein Schnäppchen gesehen aber habe auch nicht drauf geachtet machen jetzt auch das letzte Testspiel mit unserer zweiten Garde sozusagen und dann geht es in der nächsten Folge los mit Supercup und dann Pokal und erster Spieltag gegen ach den HSV mal wieder stimmt wir haben jetzt schon zum x-ten Mal das erste Spiel gegen den HSV so Eichinger spielt dann spielt Hübner Matzen spielt natürlich Bikirulo ebenso De Rosun geht auf links außen Grube geht nach rechts hinten Mendes geht auf rechts vorne und Brasau geht hoffentlich nach Frankreich Breaker los spielt auch nochmal beim Rest gucken wir dann mal gerade vielleicht Goretzka und Kraft könnten bis dann wohl nicht wird werden ist glaube ich noch zu früh Dortmund wird echt ekelhaft mit den Leuten die halt alle nicht da sind ich glaube jetzt ist gerade erst die Olympiade gestartet ne Ach stimmt Samacic war ja auch noch auf unserer Shortlist aber der sieht halt auch nicht so toll aus ich weiß dass er großes Potenzial hat aber wir können ihn halt nicht wirklich gebrauchen und ich möchte jetzt eigentlich auch nicht einen Spieler kaufen nur weil er halt auf dem Markt billig ist sagt ja und hat eben Talent gekauft jo aber es ist halt so bei Bouchard weiß ich dass ich ihn vielleicht in Zukunft gebrauchen kann gerade wenn Thomas vielleicht geht wenn jemand eine Ausstiegsklausel zieht oder wenn Bicky Rudo dann wirklich irgendwann mal aufhört oder nicht mehr gut genug für uns ist momentan Bicky Rudo mein Liebling der Typ ist Anfang an dabei der Typ ist genial aber ja für jeden kommt irgendwann die Zeit also ja wer weiß ne wer weiß sicher kann sich niemand sein so die wurden jetzt mittlerweile alle gescoutet so wie es aussieht nur Scordino nicht die beste Empfehlung hat Marghetti rechts außen Argentinian Italiener ja nicht schlecht Justin Daras auch ein ZM 8 bis 18 ist aber schon ein bisschen heftiger Safar Schahin den kennen wir noch aber sonst ist hier keiner dabei der billig ist Herbert Neuro Rastacher hat leider auch keine billige Ablösesumme ich frage aber trotzdem mal kurz an sie wollen 94 million okay das kann ich mir dann eher nicht leisten hier hätten wir noch ja ein Ecuadorianer glaube ich ja ein 6er uh eigentlich ganz nette Werte aber ich weiß nicht so wirklich das dauert ja auch mal ne der muss ja auch wieder erst 18 werden also ein Jahr braucht er mindestens noch bis er nach Europa wechseln ich weiß nicht ich glaube ich werde Curtis Jones mal als Stürmer aufstellen weil Gargovic hat jetzt genug Spielpraxis gesammelt weil er alle Spiele machen muss jetzt seitdem er da ist dank Neptün und äh Fabio Silver ach es wäre so schön wenn die früh aus Olympia rausfliegen würden auch wenn es fies klingt aber ich brauche die unbedingt dass sie halt wenigstens bis zum HSV Spiel da sind also gegen Neckarals kann ich auf jeden Fall mit der Belf spielen Dortmund werde ich höchstwahrscheinlich verlieren leider aber gut ich war gut gegen Real Madrid hat es auch geklappt allerdings Real Madrid hat halt kein er hat das Spiel nicht zu hoch gehangen glaube ich so was haben wir hier Neues Roman Bayer bekommt ein Angebot Bayer Leverkusen macht ein Angebot für Ralf Müller Wiesen ich würde mal behaupten nein ja da gibt ein Angebot für Roman Gomez ab was ist denn jetzt hier noch drauf auf der anderen Liste also Neu Rora Stache geht hier mal weg weil ist eh auf der anderen Liste aber der Rest ist halt nicht billig zu haben Eugenio da haben wir einen Angebot gemacht da warten wir noch er ist halt ein guter Spieler wahrscheinlich er kann auch ein richtig guter Spieler werden ja er ist Deutscher das würde helfen für die Registration in Europa aber ich habe in meinem Kader keinen Platz für ihn weiterhin leider nicht dann müssen wir unser letztes Testspiel wirklich so bestreiten wie wir jetzt aufgestellt haben Puschar kommt mal mit noch kurz und dann geht's los ins letzte Testspiel vor dem Supercup Spiel und dann vor Pokal und vor Liga Start Ralf Müller Wiesent spielt das ist sehr schön hoffentlich pusht er sich dieses Jahr extrem nach seinem Kreuzband Triss pass mal auf jetzt verletzt er sich das ist ja halt auch so ekelhaft Mendes mit einem Freistoß so ein Brekaloda da drüber bei Mendes muss ich noch gucken er ist ja Portugiese ne er ist nicht Portugiese oder war jetzt Portugiese er ist Portugiese also ist ja eigentlich Mendes oder also würde ich behaupten heißt der Berater von Ronaldo der große der nicht also nicht der große sondern der bekannte Berater heißt der nicht Jorge Mendes wird der nicht Mendes ausgesprochen und nicht Mendes wobei es sagen ja auch viele Leute Sanchez obwohl es ja Sanchez ist das ist so komisch mit den Portugiesen also ich versuche ja halt immer die richtige Aussprache zu haben weil ich würde halt auch nicht gerne Marcus genannt werden weil ich bin halt Deutscher und mein Name ist halt eigentlich dazu gedacht Markus ausgesprochen zu werden obwohl er halt Englisch geschrieben wird es ist halt so eine Sache man müsste eigentlich jeden Spieler selbst fragen wie willst er ausgesprochen werden oh schön gemacht von Delrosun auch guter Ball von Bicky Rolo weil rein von der Logik her so von dem was ich immer so gelesen habe deswegen Rodriguez und so oder Luis oh das war richtig schlecht aber Kartridge kann vielleicht was interessant machen ach kommt dann Eichlinger vorbei und hey Ronald König mit dem Tor aber auch stark sehr stark gemacht von Eich Kartridge das freut mich so ein bisschen aber trotzdem meine Defensive war gerade ganz schön scheiße vor allem Gustav Kubi hier auf rechts jetzt wo natürlich dann bei uns Mendez ein Regen ist kann ich ihn nicht fragen das dann halt auch noch Franck heißt wie Reverie muss das sein ich werde mal gucken ob ich irgendwas finde ich gucke meistens eigentlich auf forvo.com da hole ich mir das meiste weil YouTube kriegst ich habe schon so oft auf YouTube den Namen gesucht von dem Spieler wo ich Jones mit dem Tor wo ich wissen wollte wie man den richtig ausspricht dann sehe ich Videos aber die reden halt nie über seinen Nachnamen die sagen meistens den Vornamen vor allem bei Interviews und so ganz schlimm aber ich habe ja zum Glück euch ihr habt ja auch schon sehr sehr viele Sachen mir gesagt wie ich das anders aussprechen sollte damit es richtig ist ich vertraue euch auch da also please richtig ah ah ja es ist ein ewig langes Thema vor allem es gibt ja auch so viele Kommentatoren die die Namen halt auch einfach falsch aussprechen ich meine ich hatte früher als ich FIFA gespielt habe und mit YouTube angefangen habe ich immer Cellini gesagt weil ich das halt früher von einem Kommentator immer gehört habe bis ich halt wusste wegen italienisch es wird halt Cellini ausgesprochen und trotzdem hatte ich immer Cellini gesagt im Nachhinein hat mich das so extrem geärgert dass ich das gesagt habe ich hatte auch wie Ginaldom gesagt und nicht Wenginaldom einfach nur weil ich es mal gehört habe und es gibt ja leider wirklich viele deutsche Kommentatoren die die Spieler wirklich sehr oft falsch aussprechen schade Jones macht sich ganz gut als Stürmer er hatte schon ein paar gute Szenen das haben wir momentan auch beim HSV ganz oft oh Tahiri hat sich verletzt jetzt wo Joscha Wagnoman ganz schön oft spielt sagen auch viele immer Wagnoman was ich nicht ganz verstehe weil ich denke Wagnoman nehmen sie aus dem italienischen wie bei Romagnoli beispielsweise aber Wagnoman ist ja halt Deutsch Nigeria ich selbst habe es nur als Wagnoman gehört kann natürlich auch sein dass die dann recht haben mit Wagnoman kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen was ist Sprache in Nigeria ich würde behaupten Englisch und Französisch mal gucken deswegen bin ich mir auch oft selbst sicher weil die Kommentatoren wenn sie halt was sagen denkst halt die haben schon recherchiert weil das sind halt die Kommentatoren die müssen sich damit auskennen aber merkst irgendwie nicht und Sky hatte jetzt vor zwei Jahren oder so auch mal eine Serie gemacht da haben sie auf Facebook ab und zu mal ein paar Videos rausgepostet wie die Kommentatoren selbst halt die Namen aussprechen sollen und der Spieler hat es dann selbst berichtigt also anscheinend ist das sehr oft vorgekommen und gefühlt haben es die Kommentatoren danach trotzdem wieder falsch gemacht obwohl sie es halt durch den Spieler selbst richtig wussten Ibanez kommt immer rein für Eichinger und Boshar kommt rein für Bekihudo so Nigeria was sind denn eure Amtssprachen Englisch Hausa Igbo und Yoruba sind das so Dialekte dann ähnlich oder was bezeichnet man ein Dialekt Continuum in Westafrika ist Yoruba okay Hausa ist die am meisten gesprochen Handelssprache in Westzentralafrika okay es ist eine afroasiatische Sprache okay Sprecherzahl von ungefähr 30 bis 50 Millionen Menschen krass und Igbo ist die Sprache der gleichnamigen Igbo in Nigeria und wird von ungefähr 18 bis 25 Millionen Menschen gesprochen krass ich dachte ich hätte noch so ein bisschen äh Quatsch Französisch aber ja gut ich glaube Französisch ist auch eher so im Norden von Afrika ich glaube so Senegal Kamerun und oh Mataso nicht schlecht nicht schlecht das war das war sogar richtig richtig gut nice gemacht von Elliot Mataso ja ich glaube ist wirklich mehr so auch so Algerien und so das glaube ich Frankreich eher ich weiß gar nicht ist Nigeria auch so ein bisschen sind die mal eine britische kolonie gewesen oder so das ist gefühlt alles mal gewesen aber so oder so ich guck mal gerade nebenbei ob ich das vielleicht sehe auf einen kurzen Blick aber so auf den allerersten Blick nicht ich will jetzt aber nicht den kompletten Wikipedia Artikel durchgucken nur damit ich das weiß auf jeden Fall wurde das bestätigt mit Englisch da habe ich auch letztens erst ein Interview gesehen mit JJ Okocha wahrscheinlich aus dem nigerianischen Fernsehen also glaube ich weiß ich nicht aber warum nicht halt die haben halt auch Englisch gesprochen deswegen habe ich die Annahme halt gehabt und ja macht ja auch Sinn ich meine wenn du ich meine Nigeria an sich hat ja richtig viele Einwohner die haben 200 Millionen sogar mehr aber trotzdem wenn die sprachen halt nur so von was haben wir gerade gesagt knapp 25 Millionen gesprochen werden dann ja macht es natürlich keinen Sinn dass du halt nur die kannst wenn du halt weiterentwickeln möchtest als Nation ich meine wenn du halt so in Deutschland bist 80 Millionen plus Österreich und Schweiz sprechen auch noch dann ja hast du halt den Vorteil dass du dich meistens verständigen kannst und das gleiche halt mit Frankreich zum Beispiel aber wenn du zum Beispiel Niederlande bist wie viele Einwohner hat Niederlande ich bin ganz schlecht mit den Einwohner zahlen muss ich das sind 17 Millionen da habt ihr euch fast verdoppelt sorry ich meine man sagt ja auch den naht Madsen übrigens ein bis drei Tage verletzt man sagt denen ja auch nach dass Millionen hast die deine Sprache sprechen dann macht es für dich natürlich mehr Sinn wenn du dich weiterbildest und die Weltsprache Englisch lernst als wenn du mit 17 Millionen Leuten reden kannst in Deutschland wie gesagt hast du 80 Millionen plus wie viel hat Österreich ich bin sehr schlecht in Sachen Einwohner Zahlen ich hätte jetzt gesagt Österreich hat ein bisschen mehr als Niederlande so 20 bis 25 ich guck mal es sind 8 was ich habe ihr merkt ich bin super schlecht ich habe wirklich Ahnung von Städten Hauptstädten wo die Länder liegen und so weiter aber Einwohnerzahlen bin ich unfassbar mies wirklich also es ist schon peinlich 8 Millionen echt nur ihr habt noch so viel Platz was 83.000 Quadrat Kilometer wie viel hat Niederlande 41.000 krass ich dachte naja gut Österreich ist halt auch viel Berge also gut da kann nicht jeder überall wohnen aber wie viel hat Wien denn dann ich habe wie viel hat Wien ungefähr ich möchte es nicht noch in der Prognose machen nachdem ich gerade so unfassbar schief ich weiß jetzt durch die Corona Krise dass Italien halt 60 hat Stadt Wien hat 1,9 Millionen Einwohner im Ballungsraum 2,9 ja gut ist halt so aber ich habe keine Ahnung und ihr merkt das ist ein komplett anderes Thema ich will mich auch nicht weiter blamieren wenn ich hier irgendwelche komplett falschen Zahlen sage ich weiß zumindest wo alles liegt aber ich glaube die Einwohner Zahlen die werde ich mir nochmal anschauen müssen damit ich da ein gewisses Schema bekomme weil das mit Österreich das war jetzt ein bisschen sehr auf aber ja wir haben unser Testspiel 3,2,1 gewonnen aber ich glaube das ist auch mal ganz interessant über andere Sachen zu reden als nur über Testspiele in dieser Phase was können wir jetzt noch machen wir warten bis der Supercup dort ist in der nächsten Folge Transfers Brasau mit ich glaube Gongamp war es ich glaube so werden die ausgesprochen ich habe absolut keine Ahnung mit dem Namen habe ich riesige Probleme weil ich die immer Gie Gomp oder so ausgesprochen habe weil da hat mir jemand gesagt ist eher so O-mäßig am Anfang dachte ich mir okay Shit er hat ein Angebot für Ralf Möller Wiesen 3,2 Millionen nee Angebot für Deitard von Kiel nee Schimerski der auch sehr interessant aussieht gerade eine Million Angebot von Hoffenheim da würde ich aber kurz mal überlegen wollen momentan eingeplant in meiner U19 sind Schimerski Bitterich Schuster und Kunternis Schimerski hat momentan dreieinhalb Sterne Talent Kunternis hat auch dreieinhalb Sterne Talent Bitterich nur drei Sterne und Schuster hat auch dreieinhalb Sterne 21.000 Marktwert Vertrag das Gesicht ist super endet in einem ja das Angebot werde ich annehmen das macht schon Sinn ich glaube aus dem wird nichts krasses Salayanitana möchte ein Testspiel gegen uns machen Burnley auch aber wir haben keine Zeit für euch so ein Brasau ist erstmal verletzt super ich glaube er wird das Angebot auch wieder ablehnen ich würde aber gerne auch die Transfers mit rein nehmen Subo Shah geht zu Sae Tien ich hoffe dass er dort viele Spiele machen wird dass er sich auch deutlich verbessert 2,3 Millionen Marktwert so sehen seine Werte gucken wir dann nochmal in einem halben Jahr von Sikas neue Trainer bei Bologna so bitte Brasau bitte geh einfach so Eugenio kommt erstmal zu uns das Ganze am 1. Januar 2025 schon wieso denn achso ja klar weil es im Vertrag dort ich wollte gerade sagen warum er ist da aber natürlich ist kein richtiger Transfer die Angebote wurden abgelehnt weil sie nicht den Einstellungen entsprechen die werde ich einmal kurz rausnehmen die Einstellung hier weil vielleicht kann man dann noch besser verhandeln gerade so mit Gladbach vielleicht dass die ein bisschen mehr geben Bremen möchte Reifen unter Wiesen haben ich glaube eher nicht Bremen ich werde mal hier hoch gehen auf 5 Millionen damit wir jetzt die nächsten 30 in Game Tage nochmal Ruhe haben ich glaube nicht dass Brasau geht auch wenn er gesagt hat er geht sofort ans Telefon irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl so Eugenio kommt dann im Winter wir können ihn jetzt übrigens auch schon holen für 20.000 dann zu Magdeburg etwas oder wie sind nochmal die vorbei Magdeburg war jetzt zweite liga ja komm dann machen das jetzt 20.000 das ist doch nix dann kommt er jetzt und wir packen ihn wirklich sofort zu Magdeburg ich würde gerne dass er ZM spielt aber ist mir eigentlich wurscht erstmal nur bis zum nächsten Transferfenster aber wir können ihn ja eh immer zurück holen so Intensiv Sprachkurs Ibanir sagt nochmal kurz hallo bis er gleich wieder weg ist wobei ich hätte ihn vielleicht er noch kurz anbieten sollen für einen anderen fein so neue Angebote für Schimerski da ist Schalke dabei was würdet ihr zu 2 Millionen sagen oh sie würden mehr bieten als Hoffenheim ich würde 1,5 sagen würden sie annehmen okay damit das Hoffenheim dann raus und Frankfurt da fragen wir dann mal an ob sie 2 Millionen zahlen wollen würden ich glaube das kriegen wir nicht hin ich würde vielleicht auf 1,8 gehen das würden sie annehmen also Frankfurt ist momentan in der Pole Position um Schimerski zu verpflichten so Hoffenheim lehnen wir mal ab Schalke können wir glaube ich erst morgen ablehnen überziehen schon wäre ganz schön heftig aber muss auch mal sein bei Bricolo warte ich dann einfach noch ein bisschen vielleicht ergibt sich ja was so das von Schalke wird auch abgelehnt also das 1,8 Millionen Angebot ist momentan das beste Eugenio ist noch gar nicht ich werde ihn mal kurz anbieten zur normalen Reihe und wenn da nichts interessantes bei rauskommt dann geht er halt zu Magdeburg weil ich glaube das macht jetzt ein bisschen mehr Sinn als wenn ich ihn sofort zu Magdeburg packen würde und er würde dort vielleicht gar nicht so viel spielen und vielleicht gibt es einen anderen Verein der deutlich mehr Bock auf ihn hat so ist es Konya sportert nur Rotationsspieler ich glaube da können wir ihn auch bei Magdeburg lassen irgendwo dort wo er halt wirklich Stammspieler ist weil ich auch dran denke na guck mal Brasau geht sogar wirklich zu Gong sehr nice also ansatzweise ist er kein guter Transfer für uns aber immerhin ist er weg Eichinger weckt das Interesse von Hertha WSC und Eichinger möchte dadurch auch gleich einen Vertrag haben hau mal bitte deinen Berater weg Dankeschön hat geklappt Leverkusen möchte Schimerski haben jetzt möchte ich aber 2-5 haben würden sie annehmen ok es sieht so aus als ob wir mal wieder einen Innenverteidiger der gar nicht so krass aussieht für viel Asche verkaufen können der hat halt einen Marktwert von 21.000 warum kann das nicht bei Brekalo passieren ha Brekalo ist halt viel 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 besser als Schimerski und bei Schimerski kriege ich halt so viel prozentual mehr als seinen Marktwert und zwar meilenweit und das bei nur einem Jahr Restvertrag und 65 Euro die Woche das kann halt nicht an dem Vertrag gegen den Brekalo hat das ist halt einfach nur leider Pech was wir bei Brekalo haben glaube ich Matarzo und Liko Giannis schlecht trainiert leider ja und Barazzo darf jetzt für ein halbes Jahr in Frankreich spielen und dort seinen Marktwert ein bisschen ausbauen und dann hoffentlich mit einer guten Summe zurückkehren und dann holen wir noch ein bisschen was raus aus seinem sechs Monats Vertrag dann noch wäre mein Wunsch so jetzt aber bitte noch was schönes oder so ansonsten werden wir jetzt Schluss machen Gasperini übernimmt Mainz das ist sehr interessant Gasperini war vorher Trainer von Italien und bei Mainz war er vorher Trainer glaube ich Achim Bayerlautzer genau so ist es das könnte interessant werden Gasperini ja momentan in echt richtig richtig stark mit Atalanta wäre interessant ob er bei Mainz das gleiche hinbekommen könnte wow Hertha hat einen Jugendspieler von uns abgeworben mit Philipp Schmidt der aber auch jetzt echt nicht toll aussieht so die Meisterschaftsquoten wir sind nur auf Platz 8 mit der 76er Quote die beste Quote hat Bayern dann Dortmund dann Leipzig dann Wolfsburg unser Co-Trainer erwartet gute Leistungen von Eugenio same aber trotzdem würde ich ihn gerne verleihen was steht jetzt auf der Schwebe nur noch Schimerski und dann ja Bricolo Eugenio haben wir jetzt es ist wirklich nur noch Bricolo dann es ist wieder Cognaspor und es ist wieder ein Rotationsspieler da geht er zu Magdeburg wobei erstmal müssen wir gucken ob er zu Magdeburg möchte wir haben gerade gesehen das liegt auch am Spieler City macht ein Angebot für Abel Antonio und Mainz gibt noch ein Angebot ab für Schimerski aber ich würde schon gerne das direkte Geld haben und nicht hier zig tausend Klauseln haben das solltet ihr lieber mir überlassen 3,5 Millionen würden sie auch annehmen warum klappt das halt bei anderen Spielern nicht nur weil der Spieler jetzt U19 ist hier könnten wir verhandeln 2,5 für Lyko Janis annehmen sind ja auch nicht an das ist schon wieder was hier so dann nehmen wir die 2,5 weg von Leverkusen und das Mainz momentan der interessanteste mit 3,5 so und das heißt für mich jetzt hier dass wir jetzt Schluss machen weil die Rückenmann die wollte ich in Ruhe machen damit ich mir das einbringen kann und wir haben generell schon ganz schön überzogen also Schimerski das kann noch ganz interessant werden was in der nächsten Folge noch passiert dann haben wir die Pflichtspiele mit Dortmund Supercup Neckarels mit DFB-Pokal und HSV Liga Start das Ganze halt leider noch ohne unsere richtig guten Spieler die noch bei der Olympiade sind leider 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 aber das ist halt hoffentlich für einige andere auch noch das gleiche Frankreich hat die Gruppe tadellos gewonnen ist jetzt im Viertelfinale gegen die Niederlande in der Gruppe B ist Deutschland leider auch weiter gekommen wie sieht es mit Portugal aus Portugal ist raus das heißt Fabio Silber dürfte auf dem Rückweg sein ist er vielleicht schon da Fabio wo bist du Fabio Silber ist schon da das ist super wichtig für uns dass Fabio Silber schon Dankeschön tut mir leid für dich Fabio dass du jetzt halt abgeschissen hast mit der portugiesischen U23 ganz ehrlich ist mir lieber so die Spiele die Tabellen würde ich gerne mal kurz nachgucken also Südkorea gegen Deutschland ich glaube da wird Deutschland eher weiterkommen Mexiko Nigeria Frankreich gegen Niederlande da könnte man mal rausfliegen wen haben wir jetzt noch dabei wir haben jetzt noch Char Parisius Schnitzer Neptün also am besten wäre eigentlich wenn Niederlande rausfliegt weil auf Neptün kann ich noch kurz verzichten solange Fabio Silber da ist und Schnitzer ja muss halt mal sein aber Niederlande wäre schon echt schön wenn die rausfliegen würden so fies es auch gegenüber meinen Spielern ist aber Parisius und Char sind mir sehr wichtig in meinem Spiel gut nächste Folge geht es weiter dort wie gesagt Pokal Pokal und Liga und das ganze Montag wenn es hier richtig steht und dann geht es wieder richtig los bis dahin tschö mit